Wiedersehen, Fussel. Da muss ich mir das mal anschauen. Ah, da sind diese Bröcke liegen. Dinger. Da muss ich erstmal also... Ah, weil die Kugeln können ja auch. Ja, da kann einer... Nee, so. Ups. Und dann, wups. Dann kann ich den hier... Na, äh... Nee, 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 nicht da. Dann geht er nicht hier. Nee, der kann ich den hier. Wupp. Und der hier. Der geht zack, hier. Ja, ne, nee, nee, nee. Nicht da, nee. In dem Moment, also, da kann er. Ja, ja. 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 Also, der eine kann hier wuppt. Und dann kann ich den hier. Ja. Ja. Und wieder war. Ja. Da muss ich ja ein bisschen überlegen. Hier kann man sich resetten. Okay. Ich könnte ja den einen... Nee, der hier kann ich... Nee, der hier kann ich... Ja, gar nicht. So. Ja. Und hier. So. Ah, ich hab ne Idee. Prob dich, ich überlege mal. Hab ich den hier schonmal? So, das ist ja eine schonmal. So, ich bin wieder weiter. Na, weiter, genau. Ich kann ja theoretisch auch hier so machen. Dann hätte er nämlich da schon die Bahn vielleicht. Aber dann ist er hier. Du kannst jetzt hier. Und dann da. Na, ich weiß nicht. So, dann hätte ich nämlich hier. Und dann da. Na, na ja. Aber hier kommt er dann auch nicht. Dann kannst du ja hier so wupp dich machen. Und dann. Ja, schieße einfach raus. Und damit übers Ziel hinaus. Dann muss ich mich hier leider. Wupp dich. Dann kann ich genauso hier so machen. Dann wupp dich. Wupp dich. Und dann kommen wir ja hier so. Ja, ja, ja. So was von jetzt. Muss ich ein bisschen überlegen jetzt. Woll ich jetzt machen würde. Ich probiere es einfach mal ein bisschen blöd aus. Irgendwie denn. Ja, klar. Klasse. Habe ich mir hier falsch gemacht. Das ist doch ein bisschen kniffliger. Ja. Aber ich will das Ganze erstmal selbst ausknugeln. Hm. Der kommt da in die Idee. Aber das ist auch eine ganz stroh dumme Idee. Ne, richtig scheiße stroh dumme. Wupp dich. Immer mal so. Wupp dich. Ne, das war ja. Ja genau. Hat die stroh dumme von mir. Ich dachte, hier könnte ich da irgendwie was machen. Ne. Hier so wupp dich, wupp dich, wupp dich. Ja. Ja, bitte. Ja, das war ja. 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 Ja, wird es so super. Ich würde, ich würde mich nicht befreien. Ja. Ja, wirklich. Ich würde mich nicht überlegen. Ja. 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 ah es war es aber so hallo okay und oder nein ich gehe noch mal machen muss und ich gieße mir noch mal neuen tee ein was nicht wundern also kurz titan so dass die ich genieße nicht ich konsumiere besser wissen für später so jedenfalls eingegossen und so weiter und so fort weitere golems die scheinen nicht so aggressiv seien die golems auf golem.de sie arbeiten beackern einige felder füttern die vögel wie seltsam die golems wurden von den erbauern der ruinen erschaffen vor tausenden jahren einige beschützen den ort vor eindränglingen andere hingegen stellen sicher dass alles funktioniert sieht man und sie funktionieren doch nach so langer zeit ja auch von wegen geplante obsoleszenzen so gebunden an eine mission die niemals enden wird oder so ähnlich höre ich die sentimentalität in deiner stimme was für eine seltenheit schie 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 ich empfunde respekt im angesicht solcher hingabe es ist keine hingabe die golems von golem.de tun wozu sie erschaffen wurden sie hatten nie eine wahl Sei nicht so eine Spielverderberein. Können wir bitte weiter? Ah ja, ich vergaß, dass ich Abstand anhalten wollte. Vergib mir. Nö. Da wir aus dem Waldgebiet raus sind, sollten wir in der Lage sein, unsere Himmelsrüstung einzusetzen. Na dann. Hätt du da. Angeblich soll man mit Angeln eine Art nachaufnahmensverschwungen können. Ich sitze seit mehr als 2000 Jahren hier und habe noch nichts gefangen. War ich etwas falsch? Ja, da fiel der Kiel da. Oder so ähnlich. Ich nioß. Ach so sieht's aus. Wir bauen Gemüse an, damit das Wissen nicht verloren geht. Ich frage mich, wie diese Krotten schmücken. Im Sinne, zu euch wurde ich ohne Geschmacksknospen geboren. Bart Simpson legt einfach hier an seiner Stange und dann... ...und zischt ab. Das ist normal für so jemanden. Aber ist halt so. Ich bin nicht Bart Simpson. Agamemnon. F.O. 3000 oder 300. Ach legal. So. Ah. Ich möchte aber... Ich muss von der Katana weichern. Mal hier. Wo ist der Angriff? Mal hier. Dunkel Angriff. Und Wind Angriff. So geht das immer weiter und sofort. So. Tür kann ich leider nicht aufmachen. Na egal. Mach doch mal weiter. Und hier? Wo sind wir denn hier eigentlich? Ach so. Okay. Ich gucke jetzt mal ein bisschen rum. Mal dann weiter wie gewohnt. So. Und hier? Und hier? Und hier? Na ok also zwei bodyguards wenn du ähnlich quatsch mann ich kann doch ich habe mir schon gewundert die attacken so schwach sind ja ich habe mich schon gewundert das ist der erste fall für die himmelsrüstung wudelog wudelog alidog alidog abrückwärts so josh Schnell der Ball. So. Giftseilfe. Mit der Pferdesalbe. Gift. So. Schwertenschild S 300. Okay. So. Hmm. Wir gehen mal hier lang und schauen wir uns mal rum. So. So. Ah. Da müssen wir ein bisschen höher noch. Hier können wir nicht landen. Damit es da aussieht. Ah. Ja. Ja. Orgelia F0 DG 100. Auch das kann. Mal. Mehr oder weniger. Da ist mal ein bisschen höher. Ja. 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 so und weiter geht's unsere Erbauer schickt ihn uns vor knapp 3000 Jahren hierher seitdem arbeiten wir Tag an Tag aus ja viel Spaß dabei nicht vergessen wir können in hohem Gras nicht in unsere Instrumentation einsteigen einsteigen ja wegen Pokémon ist so nicht in zu hoher Gras gehen wegen der Pokis für eine Wolle Jo hier ah können wir leider nicht und wir sind zu fett und zu groß hier so nö quatsch was mach ich denn so und dann einfach drüber und dann müssen weiter runter hallo müssen runter sagte ich hollo wo 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 auf rückwärts ja eine schwäche für dunkle sachen aber ich ja 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 der schmack hier kommt ein gorillatyp dunkelschuss so ja der kleine dreckspisser und dann immer hier auch mit bürger geht immer noch immer hervor die schäuze so dieser komische tüter aber jetzt die schäuze gift selber Ja, ich werde das nicht verletzt. Ich werde das nicht verletzt. Naja, egal. Gehen wir mal weiter. Okay, hier gibt's nichts Besonderes. Okay, dann müssen wir hier... Okay. Mal speichern. Wie immer. Ich möchte mal ein bisschen tiefer... Weiner und so. Hallo. Hallo. Boah, das mit den Himmelsrüstung ist immer... ...ist immer... ...ist immer... ...ist immer... ...echt so'n Ding. Ich mach mal... ...ein bisschen höher... ...ist immer ein bisschen so'n Idee. Ich möchte runter, Mann! Hm. Das mit Himmelsrüstung hier... ...ist echt ein Ding hier, weißt du? Ne? Ja, okay. Ja, aber hier geht das. Unsere, äh... ...bauer sind nicht für die Konstruktion, die sind unverantwortlich. ...die nützten sich nie wirklich... ...were der eigenen Zwecke. Sieht man. Oh, hier. 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 Ich gehe bloß, ja. Ich weiß nicht. Du musst sie so. Na, ok. Ich mache nicht immer. Etwas, ich mache es hier. Aufmerksamkeit? Bis hier, mal. ...zauw... ...ein jungen... der hatte wohl den schuss nicht gehört ja er hat schuss manchmal warum habe ich das nicht gesehen? na egal, irgendwo ist ein doofkopf so, und wir haben wieder den Gift selber und Leute, das ist ein Erdschuss so, ein Horn ein Einhorn von der Zorn ok, hier gibt es nichts, eigentlich glaube ich nicht und wir haben jetzt hier wir gehauen die Veruner im Stand von Zeit zu Zeit besuchen uns die Pförtner des Leonhardtons und berufen unsere Arbeit denn Arbeit macht frei ne, so ne, hier fett'n Gürtelder Gürtelis vergiften wir mal den Typen da komischer Gürtelder hmm noch mal ja, der hat wohl immer noch nicht den Schuss gehört Der Gorilla. Ugo 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 ugo. Jo, mach mal weiter. Jo. Und woher gehts. Jo, mach mal. Wo ist der Geschoss? So, aufhören bitte ich ja. Jo, der ist auch schon mal kaputt. Ich bin der Gorilla kaputtmacher. Jo, knall mit dem, oder? Ah, der Viktor. Boah, schmitte mal an, wenn du das hier. Jo. Oh, den knall brauchen wir da, oder? Und den Knall brauchen wir da, oder? Na, du kleiner Fettsack, du blüder Pisser. So, man muss ja heute ist hier. Geil. Paris, FP, 300. Nicht Berlin. Naja. Und immer wieder mal weiter. Hier sei, wird man erstmal den komischen Liederhandaar. Abwechern. Abwechern. So. 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 Den Drachen werden ja schon irgendwie ausknocken können. So. 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 so ist immer noch mal die Autorität die Führer das ist ja Warte mal, Dunkelschuss. So, weg ist er. Ich bin der Gorilla-Kaputtmacher. Ich bin der Schneckenmacher. So. Ich spreche ihn mal kurz. So, jetzt muss ich wieder mal ein bisschen überlegen, wieder ein bisschen knobeln.